Besonders praktisch lernten wir jedes Jahr im Projekt. Dadurch haben wir eine Menge geklickt. Ob als Roboter oder Tier auf die Bühne gehüpft, in unseren Projekten sind wir in viele Rollen geschlüpft. Als Akrobat und Clown haben wir Kunststücke gezeigt und mit großem Applaus hat sich das Publikum verneigt. Bis zum nächsten Mal.